Und wir polinieren jetzt einen Scheinwerfer. Weil es uns Spaß macht. Als erstes die 3000er Schleifscheibe. 3000er. Schön nass. Das ist ein Scheinwerfer. Und jetzt ein Scheinwerfer. Das ist ein Scheinwerfer. dann machen wir das 5000 darauf dann machen wir die Polierpaste raus zum Schluss kommt die Versiegelung die Versiegelung Vielen Dank.